Hallo alle, die simbabwischen Behörden würden gerne mit dem Direktkauf von russischem Öl beginnen. Dies wird jedoch durch die Unfähigkeit, Zahlungen in US-Dollar zu leisten, behindert, da das afrikanische Land unter Sanktionen steht. In diesem Zusammenhang schlägt die Republik vor, Rohstoffe in ihrer eigenen Währung, den Simbabwe-Dollar, zu bezahlen. Dies erklärte der Sprecher der Regierungspartei Simbabwes, Christopher Mutschwangwa. Ihm zufolge könnten die Nationalbanken einen Weg finden, den russischen Rubel und den Simbabwe-Dollar umzutauschen. Dazu kann beispielsweise der weiter wachsende Goldbergbau in der Afrikanischen Republik beitragen. Derzeit verwenden Länder den Dollar für ihren Handel über ausländische Banken, die keinen US-Sanktionen unterliegen. Wir müssen einen Weg finden, der unseren Handel mit dem amerikanischen Dollar nicht einschränkt. Wir brauchen ihn nicht mehr, um miteinander zu handeln, forderte der Politiker. Er bat auch um Hilfe beim Bau einer Infrastruktur für den Zugang zum Meer durch Mosambik und einer Ölpipeline durch dieses Land. Simbabwe braucht den Bau von Häfen, Eisenbahnen, Stromerzeugung und Verteilung, und in diesen Angelegenheiten möchte das Land mit Russland zusammenarbeiten. Mutschwangwa versicherte, dass die Republik kurz vor einem großen wirtschaftlichen Sprung stehe. Außerdem sprach Simbabwe über einen Beitritt zu den BRICS. Ende 2022 war Simbabwe mit 243,8% das Land mit der höchsten Inflation der Welt. Im Jahr 2009 beschloss die Republik, ihre Währung aufgrund der Hyperinflation aufzugeben, aufgrund derer die Banknoten keine Zeit zum Drucken hatten. 2019 wurde die Zirkulation des Simbabwe-Dollars wieder aufgenommen. Aber es war nicht möglich, das Finanzsystem des Landes zu stabilisieren. Freunde, der Kanal braucht eure Aufmerksamkeit. Finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung, like und abonniere den Kanal. Alles für jetzt!